Liebe Messerbesucherinnen und Besucher, ich begebe mich jetzt auf eine spezielle Fahrt. Wieso sieht jetzt der Minis am besten an? Ich schaue halt etwas vor, Achtung! Du darfst ein wenig Gas geben, keine Angst, gell? Geh, Geh! Meine lieben Besucherinnen und Besucher, pure Emotionen hier, E-Motions, müsst ihr unbedingt testen. Ich habe das Adrenalin hier oben und es war einfach nur der Hammer. Ich empfehle nach das. Hammer! Grazie Luca! Merci vielmals! Zustigen ist alles auch noch lustig.